1, 2, 3 Du kannst mich nicht runternehmen, glaub mir, ich kenn den Trick Ich hab was versucht Das sind viele Leute, die das nicht weisen und denken dann, hä? Was machst du mit mir, Digga? Was ist das? Ich raste gleich übels aus, Digga, was ist das? So hab ich mich gefühlt, weil ich gegen dir, gegen Scanny Beats hab gespielt, Alter Ich hab die ganze Zeit gedacht, was soll ich machen, ich kann doch gar nichts Digga, ich weiß auch nicht was los mit mir Ich hab die ganze Zeit Wo bist du hin, Alter? Junge, wo bist du hin? Du bist nach deinem Base gelaufen, oder was? Nein! Das ist gar nicht wichtig, Digga Hab richtig gefehlt von hinten Alter, wo bist du hin gelaufen? Ich hab gedacht, du warst bei mir in der Nähe Ich bin runter, ich bin runter B1, dann noch wieder rauf, dann wieder runter, dann wieder rauf Und dann war ich da Du fliegst ja so in Wasser, schau Ich war FK, Alter Du hast gewartet für den Nate, oder? Nein, ich war FK, ich hab grad Whatsapp geschrieben und mich losgelaufen und hab nicht auf... Oh... Ich hab gedacht, da warte ich jetzt auf der Nate Ich hab diese Jump auf der Box gehört Ich hab das Hau... Halt Ich hab das Hau... Du hast ihn mir gostet Du bist du, ich hab das Hau... Du hast du, ich hab das Hau... Du hast du jetzt hier... Du hinkriegst, du brauchst so einen Camper ne, voll Opfer bist du alter, du spielst voll ernst, voll totes ernst Ja du hast gesagt, wir machen ernst, ja aber du kämpfst im Haus, ja ich hasse diese Map, ich kenne nix anderes hier, wenn ich pushe bin ich eh tot, 100% so we попроб got 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wenn du den Sack nachladen, dann duff. Nachladen. Ja, ich bin halt EM-Spieler. Du weißt, ich spiel normalerweise immer nur mit EM. Ich hab da eigentlich auch immer mit gespielt, aber... Also wenn du mir orange in die EM gehst, dann ist es vorbei. Dann fick ich jeden. Du bist weg! Warte, du bist weggelaufen, deswegen... Aber du bist ein guter Gegner. Danke. Oh mein Gott, Jona. Ich schwör, ich kann aber nicht mit AR spielen. Ich konnte das mal auch gut, Alter. Ich hab noch nie so gut mit AR gespielt. Ich spiel normalerweise immer mit der. Aber gegen dir hab ich sowas von... Das geht nicht. Ja, das gibt es nicht, Digga. Oh! Ey, ich schwör, ich bin blind, Digga. Ich bin schon später. Ich dachte, du bist vorne, Mann. Wie spät ist das eigentlich? Ein, Obo, oder so? Halb zwei. Halb zwei. Ich schwör, Mann. Wir sind in der Nähe von Soest. Oh, du kommst. Was? Du kommst ja aus Holland, oder? Ja. Uns in der Nähe von Soest. Soest? Wo ist das? Oder Udrich. Udrich. Nein, nein, nein. Schon weit weg, ne? NGD bei dir, ne? Hm? NGD ist bei dir, oder? NGD. 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 Ich wollte nicht sprechen. Ich wollte da keinen Bodycam machen. NGD. serial, wม... . NGD. 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 analverkmaulche, Stefan. Rhortminarverkmaulche, colourado. Du wupח de עלverkmaulche. Der motherfucker. Walfang Hinde. Ich raste grad komplett aus, Alter. Kannst du meinen Videos auch, äh, ne? Ne? Kannst du meinen Videos auch bearbeiten, ne? Ja, du musst einfach umgehen, ist es hochladen. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Egal, Digga. Lass mich auf. Bin erstmal auf jetzt, ne?